ja freunde was haben wir hier ein explorer ist das nicht atu roller wer kann mir dazu was sagen ist vom kumpel batterie platt springt nicht an ich meine soweit was ich gesehen habe ist das ein zweitakter ich habe auch gehört die motoren sind nicht so toll wer kann hier über ein statement geben freunde das wäre ganz ganz nett von euch und auch wichtig weil die tage muss ich ran und wo kriege ich ersatzteile ich habe noch nicht mal papiere hat gelaufen 10.594 zustand würde ich sagen ja ja zwei bis drei ja mal gucken was mich da erwartet wie gesagt batterie platz springt nicht an müssen wir schauen und hat ob der ein kontakt hat seitenständer kontakt würde mich auch interessieren sonst muss ich nämlich nachgucken bin ich ein bisschen müde gegen macht es gut schönen tag bis später